so was wollte ich jetzt eigentlich machen da oben auf der inseln ist noch ein baum ja ich muss erst mal die hier neues rezept reinlegen und mir ein für schnapps da war kein wasser drin guck mal hier auf dem großen grill kann ich gleich auf dem großen geld kann ich gleich drei machen ich habe hier wieder ein bisschen holz reingelegt und metallerz ok was habe ich jetzt weggeschmissen doch egal wassermüllsteine die kommen hier wieder rein nach die kokosnuss wo hast du dir hinein getragen die haben von gegessen ich brauchte der platz für kiste darum wir wollten doch diese komische mich daraus tun ja warum kann man nicht irgendwas anderes essen ja ich wollte ja um experimentieren weil ich nichts anderes hatte gerade in dem moment da liegt irgendwas wertloses weg ich habe schon wieder eine kokosnuss zwei sogar drei sogar hier sind noch mehr bäume das ist eine recht große insel das heißt hier wird es aber auch gut noch ein baum loot rings herum geben ich sehe da hinten im wasser schwimmt ein fass was hast du ein fischkehl ausgeworfen oder warum bist du ein wasser also ich hatte ja ein habe ich ausgeworfen das habe ich für unter bloß verwendet jetzt habe ich keine und jetzt bin ich einfach mal so ein bisschen drauf und immer mal wieder schauen ob der heil bei mir ist das ist ja die andere insel seite vielleicht auch checkt er nicht dass ich hier bin nicht erst bei mir so ein arschloch ich will einfach nur zum fass so viel zum thema der ist bei dir der hat mich gerade zweimal angeknabbert der ich bin im wasser komm 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 damit ist die folge nicht mehr monetarisiert warum weil ich den penner nennen damit ist die folge nicht mehr monetarisiert nur weil ich den penner nennen das ist egal ja ein bisschen kraftausdruck in meinen augen in deinen augen ja nein man kann die kokosnuss nirgendswo drauflegen geht nicht geht mal her stopp 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 fix nur einer ja haha das krass warum habe ich doch so einen verdammten stein im gepäck also die kiste ist rand voll nur mal so zur info bitteschön zweite kiste hei hei du wichser ey ernsthaft ja weil er das ding unter mir weggefressen hat ich brauche ein bolzen irgendwie ich lege da immer metallbaren hin zum sammeln und die werden immer weniger statt mehr weil ich mir was gemacht habe so kann ich ewig lang sammeln wenn der über welcher wieder verschwindet ich habe sie wieder reingelegt die die noch übrig geblieben sind warte mal habe ich jetzt da ernsthaft holz reingelegt ne den sperr hier irgendwie hatten wir hier mal eine gute ordnung kupfer ist ein erz das kommt dort mit rein mit metallschrott kann da mit rein nägel das ist vielleicht doch einfach wasser starr stehen aber diese zeit kann man wasser gelb nee ich glaube wir brauchen wirklich tiere erstmal so ähm dann nenn ich mal einen thunfisch ist ein lachs aber gut ist mir schon klar ja ja fluss ist eigentlich groß genug ich kann es ja jetzt in die höhe bauen icke ja und das da brauche ich hehehe hehehe wo wo oh ja hier daneben jetzt sehen wir immer wieder wind läuft es tut mir leid es musste sein es musste ein koch hier ist ein kochtopf kann man einen topf kochen ja wie denn wenn wir kein zepter umsetzen können für was brauchen wir eine tonschale ja doch um vielleicht die kuh zu melken dann ich würde das nicht alles erforschen weil wir zurzeit nicht brauchen ja ja aber hier ist ein netzwerfer richt ihn auf ein tier um es zu fangen pinsel braucht man nicht 3 1 6 10 1 2 3 1 jetzt haben wir da die sechse und ich brauche noch ein bisschen holz jetzt gucken ach du heimatland was denn ach du hast einen großen anker wahrscheinlich gebaut oder ja ja ich brauche plaste vogel? egal ach das ist holz ich brauche plaste hast du noch plastik im inventar? nö ey verpiss dich du elendiges wir müssen hier erstmal weg weil wenn der die ecke doch hier hier ich denke nicht ja ich habe mich im inventar geschaut das heißt auch nö ich brauche hier holz ok es gibt wieder holzmangel bei uns wo ist denn die mitte von unserem boot? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 bei 5 das wäre dann genau da wo der anker ist ich tue den ersten mal entfernen hier wir können ja weiter schrubbel die dubsen frau oh ohh gott ist das ding groß jaaa aber dauerhaft verwendbar jetzt muss man da nur nach hinten ordentlich bauen wie gesagt du kannst ja theoretisch hier drüber jetzt mal eine zweite etage machen Sako sagst du mir bitte wenn wir an der insel vorbei sind ja wir müssen jetzt noch passen dass der hei darunter das bloß nicht anknabbert kannst das bloß nicht anknabbert na wenn der jetzt zum beispiel das ding hier an weiß und das ist weg dann bricht der anker mit weg und die ganze reihe nein 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 das spiel hat keine physik wirklich ja gut normalerweise würdest du dich immer beschweren dass es keine physik hat aber jetzt sagst du gut so plastik holz alles braucht man hier ist dann noch ein holz sperr drinnen falls du brauchst ich habe noch ein aber danke ja ich habe hier warte mal zack mal zack mal zack mal zack mal warte 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 das ist ein bisschen witziger aus davon moment plaste ganz wichtig ernsthaft das ist ein bisschen witziger aus mir haben wir so eine hapune Ich frage gar nicht erst, wieso du eine Kartoffel drehst. Du und dein Platz im Inventar, ey, das ist schlimm. Achso, ne, und weil ich Hunger hatte. Hä, wir haben nicht, ey, die ganze Kiste ist voll mit Fleisch und Fisch. Ja, dann nehme ich mir jetzt halt mal drei Fische, so. Ja. Das habe ich komplett wieder vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Achso, stimmt. Für dich noch ein Bett? Das ist mein Bett. Ich habe dich nur, weil du krank warst, in mein Bett liegen lassen. Oh ey, kannst du meinen Sammel halten? Was für ein Bett? Hast du das jetzt ganzer abgebaut? Ich habe es eingesammelt. Wäre toll, und was ist, wenn du jetzt wieder krepierst? Muss ich wieder extra eins herstellen? Ich habe volles Leben. Hattest du das letzte Mal auch? Außerdem steht das nicht mal gerade. Ich war auch in Eile, weil ein Herr Eyck quengelte. So, bitte. Das können wir hier wenigstens mal ein bisschen besser anordnen. Hast du noch Holz? Sonst erliegt meine Produktion gleich. Äh, ist hier vorne noch was drinne? Ja, warte hier. Äh, da. Zwölfe Rhino. Hau ab du scheiß Mistviech, ey. Oi. Ähm. Ja? Ike. Was? Platzier du das. Was ist das denn? Das ist nämlich ziemlich groß. Ja, warte. Ich muss erst einmal... Oh, schon wieder der... Ey. Du dreckiges... So schnell bin ich nicht. Ah, ja. Du hast jetzt das Holz. Was ist das denn? Also, ja mal direkt kurz. Ich hab... Ach, das ist für... Das ist ein Beet damit wir... Bäume anpflanzen, ja. Ja, dann haben wir keine Holzprobleme mehr. Äh... Ja, gut. Gut, ja. Gut, ja. Gut, da bleibt so aus. Hä, wieso sind jetzt hier auf immer zwei Schuhe? Weil ich ja noch einen geanget hatte. Boah, ich werf die Dinger jetzt weg, ne. So. Ey. Achso, äh, Holz. Ja, man wählt da einfach erstmal. Na, ich will hier erstmal das Boot so weit fertig kriegen. Dann können wir hier in die Ecke nämlich... Ähm, Dings machen. Oh, hier fehlt ja noch ein Netz. Oh, 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 oh. Äh... Es tut mir leid, Darko. Ich muss jetzt einfach mal... Ich will das Holz hier einsammeln. Kommt grad ordentlich was auf uns zu. Ah, jetzt fehlt dir Plaster. Ey, leck mich doch fett! 1 habe ich noch kann ich den nicht ich kann den entfernen jetzt muss ich gucken hier acht scheiße ich bin jetzt hier auf dem letzten ach du katastrophen ist das groß oder hoch vor allem dort kann ich dann einfach was willst du mango oder palme das ist doch latte ich mache mango müsste ja auch holz geben es gibt alles holz jeder baum hier ist noch der mini anker den platziere ich erst einmal hier den kann man als nächstes auswerfen und dann kann man beim großen bleiben gehst du mir auf den sack war tot farm ab das räudige mistvieh alter wie viele fehler wir alleine haben ja man kann ja pfeil und bogen herstellen dafür muss ich aber erst mal daco oder rechts nehmen wir fast als wenn ich das nicht treffe jetzt auch nirgends von raf grad in der nähe das ist schade schade schokolade so boot ist um eins erweitert zwei nägel und irgendwie landet da eh keine möbel mehr blöderweise drei seile was im netz näher auf dem nest ich habe das noch umgesetzt gehabt jetzt damit ein bisschen weiter weg ist okay der kommt schon so verdächtig an ich habe eine errungenschaft bei stream freigeschaltet ich habe es gerade in der ecke gesehen was auch immer davor ich habe dorst ernsthaft versuchst du dann mal hier sand reinzulegen und gucken ob man das schmelzen kann ach ja kann ich glaube ich dachte jetzt ich mache jetzt mal eisen durch aber ja weil glas wäre zum vorteil ach da brauchst du dieses glückige zeug ich weiß nicht wo hast du das überhaupt her aus so einer kiste von einem raft was bedeutet wir müssen das eigentlich noch irgendwie so finden können ich weiß gar nicht was das ist kletterpflanzen glibber also auf irgendeiner insel dann schon aber ich sehe halt jetzt auch momentan kein rest in der nähe oder eine insel das ist doch gerade sehr neblich auf dem wasser beste voraussetzung so Du kannst für die Kartoffel auch den großen Grill benutzen, der verbraucht weniger Holz. Solange dort noch Holz drauf ist, können wir das auch noch verwenden. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So, dann. Ach so, das geht ja mit dem Hammer. Der Hai schwimmt schon wieder sehr verdächtig nah am Boot. Ah, okay. Ah, hä? Ach, ich hab kein Holz mehr. Null. Ich hab kein Holz mehr. Ach, ich fäng jetzt mal an. Ja, damit du nie immer rummeckerst. Ich meine halt nur, warum nicht gleich ordentlich machen. Naja, wenn du Holz hast für mich. Hör mal her. Toll. Wie ist das? Also. Ja, ich mach ja grad meinen Raum so. Ich brauch für eine Wand vier Holz. Das sagt alles. Das sagt alles, ne? Warum überhaupt Wände? Weil Baum. Dobe Frage. Ja, da steht das. Das gibt doch viel, viel bessere Sachen eigentlich. Ja, bei den anderen brauchst du Palmblätter und so weiter. Und Fenster kommen ja auch noch. Ja, und Palmblätter ist jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ja, da brauchst du aber trotzdem zwei Holz jedes Mal dafür. Und drei Palmblätter. Ist doch best für Holz. So, aber hinten will ich das jetzt erst mal so bauen. Egal, ich lass der erst mal machen. Hä? Hä? Wieso? Ey, jetzt steht die Fa... Schätze. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Boah, ernsthaft. Ich sag, ich brauch Holz und der rennt hier rum und fahrt alles ab. Das überschüssige tue ich immer in die Kiste. Nur, dass du's weißt. Das hast du nie gesagt. Das hast du... Aber ist doch selbstverständlich bei nem Lager. Selbstverständlich beim Lager, wenn man's nutzt. Übrigens steuern wir auf ne Hinsicht zu. Läuft. Ähm... Kleines Lagerfeuer da rein. Wenn wir das dann so machen, dann können wir da sogar noch eben so ein Baumding platzieren. Mhm. Nur die brauchen eine wichtige Sache, die... Und was? Und zwar Holz. Jaaa. Holz brauchen die irre viel. Können wir doch gleich da oben wieder fahren. Kann es sein, dass die immer größer sind? Kann es sein, dass die immer größer sind? Na, wenn irgendwann Tiere kommen. Machst du den kleinen Anker? Den kleinen erst einmal. Kleiner? Ja. Äh... Ab. Nice. Das geht nicht. Da war ein Hai. Als wenn der mich auf so flache Ebene treffen kann. Weil ich hab die nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ich hab die nur aus dem Augenwinkel gesehen. Schieß mal nicht, mein Freund. Ich hab die nur aus dem Augenwinkel gesehen. Boah, ich hab Dua, Narnster. Geht doch erst auf die andere Seite. Ja, da war's doch. Ah, hier. Achso, achso, achso. Achso, achso, achso.